Musik Okay, dann fangen wir doch an. Ja, das war das Sendegarten scharf. Nicht ganz scharf zu hören, aber gut. Herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe vom Sendegarten, Sendegarten vor Ort, vom 35C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Letztes Jahr haben wir das ja auch schon mal gemacht, dass wir hier jeden Tag eine Stunde ein bisschen zusammengetragen haben, was wir so erlebt haben. Und wir wollten an dieser Tradition gerne festhalten, haben den mobilen Sendegarten mitgebracht. Also hier unser kleines dreieckiges Regalgebilde und unseren Sonnenschirm. Ein Feuer haben wir auch. Das sogenannte digitale Lagerfeuer brennt uns hier sozusagen auch an der Seite. Und mitgekommen sind die beiden Sendegärtner, der Lars. Hallo Lars, guten Abend. Ja, hallo allerseits. Und der Sebastian, der wieder an den Turntables, seine... Du sitzt an den Turntables, ich an der Tastatur. Achso, du sitzt an der Tastatur, genau. Wir teilen uns jetzt diesmal das Leid. Obwohl, ich habe hier einmal alles irgendwie hochgefahren und seitdem brüchte das nicht mehr an. Von naja, ist das was. Wir haben aber auch ein paar Gäste, zwei besondere Gäste. Jetzt weiß ich nicht, wen ich zuerst nennen darf. Lars, hilf mir mal. Welchen von den beiden Größen soll ich zuerst nennen? Mach den einen Modus, wo das Gelenk steht hier, weil er hat gesagt, er hört nur zu. Was ist denn was? Pass auf, ich dränge mich einfach dazwischen, dann kann einfach nichts passieren. Ja, ist egal. Ich rede trotzdem, Glück auf. Nikolaus Wörl von Methodisch Inkorrekt. Er macht das sogar selber. Und ich glaube, ich bin zum allerersten Mal mit dem jungen Mann links von mir in einem Podcast zu hören. Nee. Doch, ich glaube schon. Können wir den anderen ja absagen. Einer ist doppelt. Nee, das ist, glaube ich... Könnte sein, oder? Also, eine Bühnenshow, da warst du schon mal zu Gast und nicht bei euch, aber das wollen wir jetzt nicht. Ja, wir waren bei der LNP 200. Ja, aber da waren wir ja nicht gemeinsam. Ah, stimmt. Aber bei uns waren wir kurz gemeinsam. Aber das würde ich jetzt nicht als Podcast bezeichnen. Logisch, Inkorrekt 100 ist gemeint. Alte Männer reden von früher, da sind wir ja eigentlich beim Thema, ne? Okay, und damit gebe ich jetzt die weitere Moderation über den Jahren. Ja, herzlich willkommen, Tim Britlaff, der sich hier in unsere Runde gesellt hat. Ganz, ganz herzlich willkommen. Reingeschlichen. Reingeschlichen sozusagen. Ja, der erste Tag, Resentegarten vor Ort, erster Tag Leipzig, Kongress. Ist so ein bisschen, erst mal wahrnehmen, wo sind wir denn hier eigentlich und wie war so der erste Eindruck? Das Ankommen, mehr oder weniger. Ich fange einfach mal ganz frech an und erzähle, wie es mir gestern gegangen ist, als ich hier angekommen bin und demselben Parkplatz mein Auto abgestellt habe wie letztes Jahr, bin durch denselben Eingang gegangen wie letztes Jahr, habe an derselben Stelle hier den ganzen Krempel wieder hingestellt wie letztes Jahr. Das ist ein gutes Gefühl. So wiederkommen und das Wiedererkennen, das ist schon mal irgendwie, also was Neues erkunden ist schön, aber das bekannte Wiedererkennen ist auch schön. Ich fand's gut. Wie ist es dir ergangen, Lars? Nach 360 Tagen Heimweh ist man jetzt wieder hier. Ja, es fühlt sich alles sehr vertraut an. Also wir waren ja mit dem Aufbau diesmal sehr schnell fertig, weil das erste Mal war ja letztes Mal gewesen und zack, 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 waren wir fertig und konnten schon die ersten Runden reden, wobei ich den Eindruck hatte, letztes Jahr am Aufbauabend war schon, wie gesagt, ein bisschen mehr los. Und da war, das hat sich ja heute auch schon gefunden. Mhm. Weil die beiden wahrscheinlich länger reden, frage ich mal kurz den Sebastian. Wie ist es denn dir ergangen? Ja, also man merkt schon einen Unterschied zum letzten Jahr. Also das kann man schon sagen. Wohin besteht er? Es ist wesentlich mehr fertig gewesen gestern Abend, als ich angekommen bin. Und ja, es ist alles wieder nochmal eine Ecke größer geworden und ausgebauter und Wahnsinn, was hier wieder passiert ist. Okay. Ja, dann fragen wir nochmal den Tim. Tim, was ist der Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr hier in Leipzig für dich? Für mich persönlich oder was ich so wahrgenommen habe? Fangen wir mal mit der persönlichen Sicht an. Nee, ich fange mal andersrum an. Vielen Dank, dass ich diese Frage beantworten durfte. Naja, weil die andere kann ich noch, glaube ich, noch gar nicht beantworten. Also es ist nicht so richtig. Also es ist ja immer mein Hobby seit Jahren, mir eigentlich während eines Kongresses Gedanken über den nächsten Kongress zu machen. Weil ich kann nicht anders. Und dann ist das für mich auch immer so ein persönlicher Wettlauf, was davon dann a. umgesetzt wird und b. wenn es denn umgesetzt wird, was auch eine gute Idee war. Man muss ja nicht unbedingt immer richtig liegen. Und ich habe eine ganz gute Trefferquote, glaube ich. Es sind hier ein paar Umstrukturierungen vorgenommen, die ich für sehr richtig halte und wo ich auch jetzt nach dem Tag ein bisschen früh, aber so das Gefühl habe, es funktioniert auch ganz gut. Konkret ist das halt die Halle 3, also dass es noch einen zweiten großen Assembly Space gibt, der den anderen nochmal erweitert, obwohl der andere ja auch schon größer ist, als das letzte Jahr war. Und das schafft auch hier in diesem Layout des Kongresses eine schöne Balance zwischen der linken und der rechten Seite, die ja durch diese große Glashalle getrennt ist. Und letztes Mal war es halt so ein Hinkefuß. Man hat auf der einen Seite so vor allem Veranstaltungen gehabt und auf der anderen Seite eben das sonstige Geschehen. Und das war, glaube ich, nicht gut, weil das eben diesen Flow nicht so befördert. Und das meine ich jetzt auch schon zu bemerken, dass dieser Flow befördert wird. Aber sind es denn mehr Assemblies auch oder ist das einfach ein bisschen weniger dicht mittlerweile gestellt? Weil ich hatte dich, glaube ich, darüber reden hören in der Freakshow, dass jetzt einfach noch eine Halle dazukommt für Assemblies. Und ich dachte, okay, das muss man ja auch erst mal füllen, aber da merkt man überhaupt nichts von. Es ist so überhaupt gar kein Problem in dieser Szene, irgendwas zu füllen. Das heißt, es ist gewachsen. Es sind mehr Assemblies jetzt, die dann in dieser Assembly 3, Quatsch, in die Halle 3 diffundiert sind. Das ist jetzt nicht so, dass nur weniger dicht ist. Ich merke jetzt hier in dieser Assembly, das ist Halle 2 oder was ist das hier? Da merke ich jetzt nicht, dass da irgendwie leeren wären oder so. Ganz im Gegenteil. Nee, also es ist ein bisschen lockerer gepackt, weil es war bei den Tischen zu eng. Da konnte man nicht so richtig durchgehen. Erstens, denke ich mal, ist es etwas weniger gefüllt, aber es sind auch andere Tischstrukturen. Also wenn du mal reingehst, siehst du überall diese sternförmigen Layouts, die den Vorteil haben, dass du nicht so diese abgetrennten Reihen hast, wo man eigentlich nicht durchgehen will, weil du nur dich zwischen Stühlen durchpresst. Und so sind das eben so natürliche Fänger, weil die nach außen hin immer weit sind und dann kannst du selber entscheiden, wie weit du da reingehen willst. Und das ist auf jeden Fall so ein kleines Ding, was da relativ viel bewirkt. Und natürlich die gesamte Hallenstruktur ist ja auch nochmal so ein Sternensystem. Und dadurch, dass halt eben die komplette Halle ist, hat das Ding jetzt auch eine Mitte und so weiter. Also viele Sachen, die da sehr gut sind. Diese enorm hohen Bauten, wo man ja auch hochklettern konnte und von oben gucken konnte, sind weg. Gibt es da Vergründe? Also, naja, war halt relativ großer Aufwand für einen überschaubaren Nutzen. Aber es gab keinen Grund von der Hallenseite, die gesagt haben, das könnt ihr nicht machen hier wegen Brandschutz oder wegen... Dann hätte es ja letztes Mal schon nicht stattgefunden. Ja, gut. Möglicherweise haben die ja auch einen Realitätsabgleich damit gehabt. Ja, aber tendenziell wäre es jetzt eher so, dass wir jetzt mehr dürften als beim letzten Mal. Und es gibt noch diese trennenden Elemente, weil man halt verhindern will, dass man in die Halle reinkommt und gleich bis ans andere Ende schauen kann. Du sollst schon erahnen, dass da was ist, aber du musst halt auch irgendwie exploren und hast so deine Ecken und deine Labyrinthe und so. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Diese trennenden Elemente, ist das so zum Neugier erwecken? Oder ist das eher so, um dann doch seine Assembly so ein bisschen gegen andere abzugrenzen? Es grenzt ja nicht die Assemblies an sich ab, sondern es gibt ja den gesamten Dingen eine Struktur. Diese Tortenstücke werden dadurch schon nach innen hin abgegrenzt. Und wenn man so innen durchgeht, muss man sich tatsächlich bemühen, um mal dahinter zu gucken. Sonst läuft man eigentlich nur an lauter Rückseiten von Wänden entlang. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, ob das so klug ist, dass es innen nach oben zuläuft oder ob es nicht genau andersrum sein müsste oder überhaupt niedriger sein müsste und so. Aber jetzt unterhalten wir uns echt über Details. Insgesamt funktioniert es. Die Assemblyfläche ist größer und der 35C3 ist näher am Camp, als je ein Kongress war. Das ist halt das Wintercamp geworden. Wo habt ihr die Fairy Dust versteckt? Die ist hinten in diesem Party Space in so einer speziellen Installation, die ich selber noch nicht im Betrieb gesehen habe, aber die, wenn sie funktioniert würde, ziemlich awesome sein soll. Und deswegen wurde quasi die Rakete mal so von diesem Begrüß-Onkel-Rolle rausgenommen und mehr als das genommen, was sie halt eigentlich auch ist, so ein Spiel-Spaß-Kunst-Objekt. Wobei diese zentrale Halle, diese Wurst, diese Glaswurst, die wirkt jetzt so ein bisschen leer. Also zumindest jetzt gerade, als ich reingekommen bin. Ja, aber nur, weil die Rakete weg ist. Möglicherweise die Rakete, aber ich erinnere mich, letztes Jahr gab es auch so Laserflächen, die irgendwie über das Publikum geleuchtet haben. Die habe ich zumindest gerade nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die noch aufgebaut werden. Insgesamt, weil alle im letzten Jahr sehr gefordert haben, wir müssen diese erste Halle, diese Eingangshalle noch mehr nutzen. Da muss was in die Luft. Da sehe ich jetzt, hat sich da nicht so viel entwickelt. Möglicherweise will man das aber auch nicht, weil da ist natürlich dieser Publikumsstrom die ganze Zeit. Wenn so eine Halle Adams Schluss macht in einem großen Talk, dann strömen da einfach mal 4.000 Leute raus. und dann weiß ich nicht, wie viel Zeug du da in diesem Schlauch haben willst. Also mir sind jetzt die konkreten Gründe, warum es so ist, wie es ist, nicht ganz bekannt. Ich vermute aber mal, erstens, man will ja nicht unbedingt immer dasselbe machen, was man beim letzten Mal gemacht hat. Zweitens ist halt durch die Halle 3 noch sehr viel mehr Dekoaufwand als ohnehin schon dazugekommen. Irgendwo kommst du auch an die Grenzen von Personal und Geld. Das mag eine Rolle gespielt haben. Das weiß ich nicht genau, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und das neue Layout ist ja auch nicht nur jetzt gut für die Assemblies, sondern es ist halt auch eine Antwort auf dieses Flow-Problem, was du schon angesprochen hast. Gerade die Halle 1 mit 4.000 Sitzplätzen war ja nicht zu leeren und wieder zu befüllen in dem vorgesehenen Timeframe. Und deswegen sind, glaube ich, die Pausen jetzt ein bisschen größer geworden zwischen den Talks. Ich weiß gar nicht, war das, ist das jetzt am Ende auch so? I don't know. Auf jeden Fall gibt es halt jetzt zwei Zugänge. Man hat halt für, ich glaube, für alle großen Räume immer so ein, hier geht es rein und hier geht es raus Ding, damit die sich quasi so in so einer Rotation auffüllen, also leeren und auffüllen zugleich können. Ja, deswegen entsteht offensichtlich auch dieses Staubproblem nicht mehr, was da vorher war. Also es gibt so viele Dinge, die erstmal gefixt werden mussten und die sind natürlich erstmal die Priorität und sieht so aus, als ob das ganz gut funktioniert. Kommen wir gleich auch zum Sendezentrum, wo wir hier sind, aber ich würde noch gerne eine Frage stellen. Lars hat dann nämlich im Vorfeld gesagt, er freut sich besonders auf diesen Kongress, weil das zum zweiten Mal an diesem Ort stattfindet. Weil jetzt mit dem Kenntnis des Ortes würdest du noch mehr Gimmicks, Gadgets und so weiter erwarten. Gerade haben wir einen kleinen Rundgang gemacht. Da sagst du, letztes Jahr war mehr Wow. Wow, das fand ich jetzt ganz interessant. Ja, also die Assemblyhalle, Halle 2 oder was ist da hinten jetzt? Ja, das ist jetzt Halle 2. Halle 2 war letztes Jahr so der Ich-Komm-Rein und es war so der Augenöffner-Moment war in dem Moment. Und heute auf Halle 3 dann ein bisschen nachgeholt mit den Eierkarton-Installationen, mit den Beamern, die finde ich also grandios. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Also ich finde mich, ich groove mich so ein. Der Tag 1 ist ja immer so ein bisschen reinfinden und so. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass mehr Tische da sind, dass sich das Ganze ein bisschen erstreckt. Für diejenigen, die da sitzen, ist das natürlich genial. Also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, sich dann auch mal zusammenzusetzen, als das beim letzten Mal der Fall war. Für die, die ja nur gucken, wie wir, ist das eher so ein bisschen, ach da ist noch ein Tisch, da ist noch ein Tisch, da ist noch ein Tisch, langweilig. Und da ist die eine große Attraktion. Man ist also von Attraktion zu Attraktion ein bisschen länger unterwegs. Aber es spielt sich ja über den Tag auf immer. Mit Sicherheit. Ja, aber die Tische haben doch auch alle Attraktionen. Also die bauen ja dann alle ihre eigenen Dinger aus. Ob es hier irgendwie wieder der nächste Cocktailroboter ist oder sonst irgendwelche Geschichten. Ja, muss ich auch sagen. Also ich war jetzt, ich bin ja erst seit drei Stunden hier, aber ich war hier in dem vorderen Teil der Halle 2 unterwegs. Und da sind viele Experimente, optische Experimente, akustische Experimente, diese Roboter- oder kinetischen Experimente. Und da muss ich sagen, gerade der neue Layout führt dazu, dass ich eher mal zu einem Tisch hingehe und mit den Leuten spreche und frage, wie funktioniert das oder was ist die Idee hier hinter. Also ich finde es da eigentlich sehr, sehr viel einladender. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass dieser Wow-Effekt weg ist und man jetzt sich da verloren zwischen den Tischen fühlt. Sondern ganz im Gegenteil, für mich bietet sich jetzt wirklich die Möglichkeit, viel mehr mal mit Leuten zu sprechen. Weil so wie es im letzten Jahr war, wenn alles immer so belagert und voll ist, dann gehst du ja nicht dazwischen und fragst mal zu einer Installation, wie die gedacht ist. Das stimmt, weil der Seabase letztes Jahr mit diesen Gitterkäfigen, da habe ich mich auch nicht reingetraut. Das wäre jetzt anders, weil das einfach viel luftiger ist. Ich habe jetzt in dieser einen Stunde, die ich da rumgerannt bin, glaube ich, schon fast mit mehr Leuten gesprochen als, also von den Assemblies jeweils. Die kennt ja auch jeder. Ja, nein, das sind aktive Akte. Ich gehe da hin und frage, wie funktioniert diese Installation. Also finde ich schon toll. Ja, super. Also ein Blick auf... Ja, ich wollte aber eben sagen, ich fand es jetzt nicht schlecht. Nee, nee, klar. Ich komme das erste Mal in Leipzig auf den Kongress und diese Halle war so, wow. Vielleicht ist auch jetzt der erste Eindruck weg, den ich letztes Jahr von der schieren Größe der Halle hatte oder so. Da kamen wahrscheinlich letztes Jahr mehrere Sachen zusammen. Jetzt ist das ein bisschen entzehrt. Aber ich finde es auch besser so. Wo sonst hat man so eine Glaswurst, ne? Das war der erste Eindruck. Letztes Jahr war natürlich überwältigend irgendwie. Abgesehen davon, letztes Jahr war es kalt da drin und es gab nichts zu essen am Vorabend. Und dieses Mal ist es vorgeheizt und es war gestern schon zu essen. Also die Leipziger Gastronomen hier, die lernen auch dazu. Also das ist auch ganz hübsch zu beobachten. Ja, ich meine, dieser Wow-Effekt kam natürlich im letzten Jahr auch dadurch zustande. Das hat Tim, glaube ich, im letzten Jahr schon gesagt, und jetzt gerade auch, dass eben diese Mischung ist aus Kongress, aber auch Camp. Du siehst, man kann Camp ernsthaft im Winter machen in so einer riesen Halle. Das weiß man natürlich jetzt. Und deswegen erstaunt natürlich nicht mehr, dass du da diese Kuppeln aufgebaut hast, diese Backminster Fullerene, die natürlich im letzten Jahr völlig überraschend kamen. Aber klar, also, ja, ich bin gespannt. Ich habe noch zu wenig gesehen, aber ich denke, es wird noch viel Wow um vielen, vielen Ecken geben, die mich umhauen werden. Aber häufig sind es ja die kleinen Sachen, die man gar nicht so auf Anhieb sieht. Natürlich ist es geil, wenn man in so einer Halle dreidimensional durch die Gegend läuft, aber die kleinen Sachen auf kleinen Tischen sind dann manchmal da, wo die eigentliche Musik spielt. Wer vielleicht die Aufnahme vom letzten Jahr gehört hat, wird merken, dass das Hintergrundgeräusch diesmal deutlich geringer laut ist, als es beim letzten Mal gewesen ist. Das liegt möglicherweise daran, dass wir hier mit Trennwänden gegen sonstige Raumakustik ein bisschen abgeschottet sind. Also ich würde gerne den Blick mal so ein bisschen aufs Sendezentrum legen, wo wir hier sind. Der Ort des Sendezentrums als solches ist geblieben. Wir sind wieder in diesem Multifunktionsbereich, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt hier, also in diesem Zwischenbereich. Allerdings ist das Ganze etwas größer geworden auch. Wir haben den hinteren Bereich mit dazu bekommen, wo letztes Jahr noch eine andere Assembly war. Da darf jetzt der Podcast-Tisch stehen. Und im vorderen Bereich, wo wir stehen, neben uns, ist mehr so ein Workshop-Bereich. Wie gefällt euch denn das Sendezentrum? Dr. Sebastian, wie ist dein Eindruck? Ja, also es ist auch hier besser entzerrt jetzt. Dadurch, dass wir die Fläche da hinten dazubekommen haben, verteilt sich das alles hier auch ein bisschen besser. Und wie du schon sagst, diese Stellwände, die schieben natürlich auf der anderen Seite ein bisschen ab. Aber bieten halt auch den Vorteil, dass wir so ein bisschen Schutz haben gegenüber Schall und sowas. Das hat Vor- und Nachteile halt. Der Blick über den Raum, den restlichen Raum ist natürlich nicht mehr so ohne Weitungsmöglichen. Das ist so ein bisschen mit einem weinenden Auge sozusagen betrachtet. Genau. Ansonsten von der Aufteilung finde ich das schon das Optimum, was man hier so rausholen kann, finde ich. Und man muss dazu sagen, genau über unseren Köpfen ist eine große Halle, eine mit Bühne, wo der Deutschlandfunk tagsüber Aufnahmen macht. Und abends steht es der Podcast-Welt zur Verfügung. Tim, kannst du so ein bisschen erklären, wie das dazu gekommen ist, dass diese gemischte Nutzung, diese Bühne funktioniert? Na, die Idee entstand auf dem letzten Kongress. Ich hatte das dann auch schon mal beim DLF so erfragt. Weil die haben ja damals diesen Saal noch alleine verwendet, weil der Kongress so noch keine Nutzung dafür hatte. Das war wieder so ein typischer Fall von, ja, können wir jetzt nichts mit anfangen. Dabei in dem einen waren ja die, die jetzt hier neben uns sind in der MZF, die waren ja in dem einen Saal auch mit drin. Und der andere war dann eigentlich nur vom Deutschlandfunk benutzt worden. Nur, wenn sie da halt ihre Bühnensachen machen, also so zwei, drei Stunden pro Tag. Und das war natürlich etwas unternutzt. Andererseits hatten wir ja dann unser Bühnenkonzept fallen gelassen, wo wir ja zuerst auch, wie das immer so ist, von dem ausgegangen sind, wie es bisher immer war. So, wir bauen unsere eigene Bühne in unserem eigenen Bereich. Aber das hätte uns alle total überfordert. Deswegen war das, glaube ich, ganz gut, dass es nicht war. Das war erst mal nur so Assembly, mal wieder so back to the roots. Und was macht uns eigentlich da aus? Und dann hat sich das halt jetzt angeboten. Und dann war ich mir am Schluss nicht so sicher, ob sich da Leute für finden. Und als dann aber die Orga nochmal gesagt hat, ja, wir wollen das aber eigentlich, dass ihr das macht. Und hier, wir unterstützen euch auch mit Technik. Und ihr müsst jetzt nicht alles machen, was ihr sonst immer gemacht habt. Hat es ja dann noch funktioniert. Und dann müssen wir mal gucken, wie das angenommen wird. Andere Option wäre gewesen, zum Beispiel da hinten mit der Bühne in Halle 3, da Chaos West irgendwie vielleicht zusammen sowas machen. Also ist jetzt nicht drüber gesprochen worden. Aber das ist ja im Prinzip auch so eine freie Bühne, die auch nochmal den Vorteil hat, dass sie sehr viel offener ist. Da oben rennt es halt mal nicht eben einfach mal so rein. Das hatten wir ja in Hamburg immer so diesen Effekt, dass wir dadurch, dass wir da in diesem Durchfluss waren, wir ja quasi den ganzen Wahnsinn immer so direkt abgegriffen haben. Ja, da bin ich gespannt. So kam das. Also ist jetzt nicht sehr viel mehr drin. Bin jetzt mal selber mal gespannt, wie es ankommt. Dann haben wir sehen. Ja, die ersten Darbietungen fangen in wenigen Minuten an. Um 19 Uhr geht es dann da oben los. Für heute geplant sind 1, 2, 3, 4 Bühnenshows. Nikolaus, bitte. Ja, ich bin gespannt, wie das angenommen wird oben, weil ich im letzten Jahr da mal ein, zwei Mal oben war, als der Deutschlandfunk da war und da wurde Radio produziert. Da war halt kein Publikum, null. Also würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ich war jetzt nicht immer da. Möglicherweise hatten die auch mal Sendungen, wo mehr Publikum war. Aber immer, wenn ich da war, war da überhaupt nichts los. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Ich bin mal gespannt, wie wir das bevölkert kriegen als Podcaster. Wenn man sich das Programm so anguckt, finde ich es wieder toll, was da für Angebote sind. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man sich als Podcaster zeigt. Also ich weiß, es ist viel Arbeit. Und ich bin natürlich jetzt auch niemand, der bei der Arbeit unterstützt hat jetzt bei der Bühne. Deswegen kann ich natürlich keine Anforderungen haben. Aber ich finde es halt super, wenn Leute da Arbeit reinstecken und die Möglichkeit bieten, Podcast auf die Bühne zu bringen. Weil wir wollen reden, wir wollen zu Menschen reden. Und dann musst du bei so einer Veranstaltung musst du einfach irgendwo auch auf einer Bühne sein oder das anbieten. Ich meine, hier so ein Podcaster-Tisch. Okay, da können ein paar Leute zuhören. Aber wir sind Stimmen, die den Leuten das ganze Jahr im Ohr sind. Und dann sollen wir auch hier auf einer Bühne sein und Angebote machen. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Aber klar, natürlich ist viel, viel Arbeit, viel, viel Stress. Also Hut ab vor den Leuten, die das wieder ermöglicht haben. Wir wurden heute Morgen sogar hier begrüßt. Ich habe da mal so ein Mikrofon reingehalten. Der Ralf Stockmann hat uns hier im Sendegarten, im Sendezentrum tatsächlich auch noch mal ganz offiziell begrüßt. Mal gucken, ob wir das hören können. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Sendezentrum auf dem 25C3 unserer kleinen... 35? 35, mein Gott, wir sind schon zehn Jahre weiter. Auf dem 35C3 unserer kleinen Assembly rund um das Podcast-Wesen. Wir sind wieder hier am selben Ort, wie wir letztes Jahr auch waren. Und trotzdem sind ein paar Dinge doch relativ anders geworden. Zum einen, seht ihr schon, ist das Orga-Team ganz erheblich angeschwollen. Nämlich auf vier Leute mittlerweile. Da haben wir die Tine und wir haben den Roddy und den Herrn Schasen und meine Wenigkeit. Und wir sind in zwei Teams getrennt. Nämlich Tine und ich, wir rücken jetzt hier mal demonstrativ ab. Wir sind das Team Assembly, das heißt also für dieses Stockwerk zuständig. Und die beiden Herren sind zuständig für die Bühne, die wir dieses Jahr wieder haben, die genau ein Stockwerk über uns ist. Genau, mehr wollte ich davon auch nicht einspielen. Es ging mir nur darum, einfach die Namen nochmal kurz zu benennen, die sich jetzt hier gekümmert haben. Also Tine, dann der Ralf und Herr Schasen und Roddy, die sich da halt kümmern. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, werden wir dann auch nochmal nachfragen bei Herrn Schasen und Herrn Roddy, wie das denn so angekommen ist. Aber was der Ralf gerade so schön gemacht hat, nämlich die Zahlen durcheinander gebracht, oh, wir sind schon zehn Jahre her, das kann man so ein bisschen als Überleitung nehmen zu dem Motto, unter dem dieser Kongress diesmal steht, nämlich Refreshing Memories. Also sich mal erinnern, oh, was war denn da vor zehn Jahren oder wie ist denn das überhaupt gewesen? Der Sebastian hat mal rausgesucht, wie die offizielle Begründung für dieses Motto ist oder zumindest eine der offiziellen Begründungen. Meistens gibt es ja mehrere. Kannst du uns eben ins Bild holen? Ja, also ich lese mal einen kleinen Ausdruck aus dem CCC-Text vor. Mit dem 35C3 sollen die Erinnerungen an die Kongresse der letzten Jahre wieder aufleben, indem wir in beängstigenden Zeiten von Wissenschafts- und Wahrheitsfeindlichkeit und Populismus eine Kultur der Weltoffenheit und Fakten zelebrieren. Unser Archiv an Daten, Erinnerungen und Aufzeichnungen wird am Leben gehalten und nicht das stete Wiederaufrischen des Speichers in den Computern und Köpfen der Teilnehmer und Interessierten live unterm Stream. Genau, das ist so der ein zentraler Satz aus diesem Text. Ja, was heißt das denn für uns? Sie haben letztes Jahr hier so schön über dieses Tuwatt gesprochen und was das so für uns bedeutet. Das war ja quasi eine Aufforderung, geht raus und macht was. Man kann ja mal überlegen, was haben wir denn eigentlich in dem besten Jahr so gemacht mit dem Motto Tuwatt. Aber an welche Memories soll uns das erinnern? Tim, du hast so ein bisschen vorhin gesagt, dass du die Entwicklung dieses Mottos mitverfolgt hast. Kannst du uns so ein bisschen die Sicht des C3, des CCC, auf das Motto so ein bisschen mitgeben? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt, sondern ich habe es einfach nur, als es dann irgendwann beschlossen war, zur Kenntnis genommen und war an der Findung und Diskussion nicht beteiligt. Aber eine Interpretation hast du schon. Ich habe jetzt selber so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich war für so ein paar Mottos früher mal zuständig und habe halt immer nach Sachen gesucht, die mindestens doppeldeutig sind und mindestens eine Bedeutung davon soll einen auch irgendwie so einen Lacher ins Gesicht treiben. Zum Beispiel, also was ich, was vielleicht der größte Wurf war, war The Usual Suspects. Wo ihm jeder natürlich dieser... Filmkenner lachen und schmunzeln. Der Film einfällt, aber dann halt auch so generell eben dieser Blick auf die Hacker-Szene, so eben die üblichen Verdächtigen, aber das dann halt auch so mit so einer positiven und negativen Konnotation, je nachdem, wie man das eben so sehen will. Naja, und andere Beispiele. Und Refreshing Memory ist insofern ganz nerdy. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Also woran denkt man jetzt zuerst? Man denkt so, ja, sich an etwas erinnern. Das ist glaube ich so, dass man frischt seine Erinnerung auf und erinnert sich an alte Dinge. Das ist so das eine, was da so drin ist. Dann könnte man das aber auch als erfrischende Erinnerung deuten. Ja, also eine Erinnerung, die einen irgendwie sehr auch wieder positiv stimmt. Tatsächlich gibt es aber noch eine dritte, die eben der technische Term, der da eigentlich drinsteckt, weil Memory, also der Hauptspeicher des Computers, muss permanent refreshed werden, um überhaupt nicht sofort in Vergessenheit zu geraten. Das ist einfach so eine technische Bedingung der Art und Weise, wie halt diese dynamischen Rammbausteine funktionieren. Also im Prinzip könnte man sogar noch eine dritte Interpretation machen, dass es so eine Art Lebenserhaltungssystem eigentlich auch darstellt. Ja, inwiefern, und da bin ich so ein bisschen zögerlich, so ein bisschen, inwiefern so ein Motto, und zwar inwiefern Mottos generell und dann eben auch dieses, auch so eine Botschaft mitbringen. Das ist halt dann immer so eine Frage. Und da kann man, glaube ich, bei jedem Motto so ein bisschen diskutieren. Das ist vielleicht mal gelungen, mal weniger. Ja, manchmal war es auch ein bisschen widersprüchlich. Es fällt mir gerade das Beispiel nicht ein, was mir eigentlich vorhin zurechtgelegt hatte. Verdammte Axt mit den Villages, nee, was war das? 32C3, 31C3. Egal, fällt mir vielleicht nochmal ein. Auf jeden Fall kann auch irgendwie, also manchmal ist es so ein bisschen ironisch gemeint und man will eigentlich das Gegenteil meinen und so weiter. Also irgendwie ist diese ganze Motto-Sache immer wieder der Schmerz. Weil immer so, ja, lass mal schon mal den nächsten Kongress vorbereiten. Wäre ja mal geil, wenn wir mal alles ganz früh raushämmern würden und so. Und am Ende kommt es dann wie immer. Jeder will, keinem fällt was ein. Den, dem was einfällt, die können sich nicht so richtig drauf einigen, was denn jetzt irgendwie cool ist oder nicht cool ist. Und dann passiert es irgendwie einen Monat vorher, nachdem die CFP schon lange durch ist. und die Designer alle so, oh Gott, und können wir nicht langsam mal, wir müssten auch mal was vorbereiten. Und dann ist das alles auf den letzten Drücker so, drei Tage bevor die T-Shirts beauftragt werden müssen und so. Und dann muss alles ganz schnell, das ist jedes Mal dieses Drama, wo man sich denkt, oh Mann, und wie schön könnte es doch sein, wenn der ganze Scheiß mal drei Monate früher fertig wird. Und dann trotzdem, und das ist auch dieses Jahr wieder so, da ist mal dieses Logo dann in der Welt und du glaubst über diesen Kongress und findest es in einer Milliarde Varianten. Jeder baut das irgendwie in sein Assembly mit ein, in sein Konzept mit ein, macht da irgendwelche lustigen Verballhornungen da draus und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Das hast du mir gerade hier die Liste mit den Mottos geschickt. Und da ist der Screensaver schon wieder angegangen. Genau, Gated Communities. Weil das ist sozusagen, ja, was denn nun? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Also üben wir jetzt Kritik oder sagen wir so, ja, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Das ist so ein bisschen schwierig. Genau, gehen wir die doch mal ganz kurz durch hier. Auch Works for Me war auch genauso verdreht, weil das ja eigentlich was Schlechtes ist. Für mich gerade gut genug oder so. Und immer dieses He-He-Zitieren und jetzt drehen wir das um und irgendwie weiß am Ende auch keiner so richtig, worum es denn jetzt eigentlich gemeint ist. Was ich ganz gut fand, war dieses Not My Department. Im Übrigen finde ich auch 29C3 vom Design her bisher fast der Klassiker überhaupt so, weil es eigentlich auch das erste und bisher letzte Mal gewesen ist, dass es nicht nur ein statisches Design gab, sondern es gab ja auch ein Animationsdesign. Es gab ja, erinnert ihr euch? Das war ja immer dieses, wo diese ganzen Satzzeichen ausgetauscht wurden. Überall wurden irgendwie Slashes und Sterne und Bindestriche eingeführt und so weiter. Und da gab es, dein Telefon lockt sich zu schnell. Und da gab es ja nicht nur eine grafische Gestaltung, sondern es gab zum Beispiel auch so ein JavaScript-Code, den man da auf seine Webseite draufwerfen kann, um einfach beliebigen Text in diesem Design dynamisch immer wieder reinzulegen und so. Und das fand ich wirklich ganz, ganz cool. Gut, ich weiß nicht, wie weit wir das jetzt hier noch treiben wollen. Ob hier noch irgendein Brüller drin war. Ach na ja, Gott, das ist... Ich meine, ich finde es sowieso schwierig, so ein Motto früh am ersten Tag irgendwie zu bewerten, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, so ein Motto lebt auch davon, wie es aufgegriffen wird, wie es von der Community dann geremixed wird, wie es interpretiert wird. Das ist eigentlich das Schöne und Spannende. Dann mal in einer Woche oder in zwei Wochen oder möglicherweise auch nach einem Jahr drauf zu gucken und zu sagen, okay, wie haben wir denn dieses Motto ins nächste Jahr getragen und hat es irgendwie was bewegt. Das finde ich viel spannender als vorher. Aber wenn man in die Vergangenheit schaut, merkt man auch, wir sind, we've come a long way. Also es gab auch mal so ein Motto wie, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeiten können. Jetzt komm mal mit deinen drei Interpretationen. Da war ich nicht beteiligt. Das ist irgendwie so eine Sache, ne? Sorry. Ich glaube, es hackt. Okay. Vielleicht noch ganz lustig. Was ich bei dem, was der Sebastian gerade vorgelesen hat, so rausgehört habe, ist, dass man schon sagt, erinnern wir uns auch daran, dass wir vielleicht mal früher eher wissenschaftliche Fakten zur Entscheidung und zur gesellschaftlichen Gestaltung genommen haben. heute vielleicht weniger, heute eher Meinung oder was auch immer, Fake-Nachrichten, Wunderwasser oder was auch immer ein Thema sind. Hast du dich damit ein bisschen angesprochen gefühlt, Nikolas? Ja, wie gesagt, das ist eine der Interpretationen, wo man jetzt gucken muss, ob die sich rauskristallisiert oder beziehungsweise die muss sich ja gar nicht rauskristallisieren. Diese Motti, das Plural von Motto, Motti. Motten. Die Motti. Ja, ist Motti. Mottos. Mottos, die Mottos. Genau, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist alles eh egal. Die können ja, die müssen sich ja auch gar nicht, da kann sich ja jeder rausgreifen, was er darunter versteht. Und deswegen, ja, also klar, wenn ich es so höre, finde ich, leuchtet es absolut ein. Von Sebastian sowieso. Was hast du verstanden darunter, Lars? Tatsächlich zwei der drei. Vor allem die technische wahrscheinlich. Technische war dabei und die erste. Dieses Refreshing, dieses positive Aufhellen, an die Variante hatte ich selber nicht gedacht, aber die anderen beiden. Ja, schön. Dieses, ja, vielleicht nochmal, diese Idee Tuwatt, hat das denn irgendetwas eigentlich bewirkt? Hast du dich da im Laufe des Jahres nochmal irgendwie angesprochen gefühlt, Lars? Ich tue eigentlich ständig was. Das heißt, da ist nicht viel Kapazität, da noch mehr zu machen. Aber mir hat dieses Motto extrem gut gefallen, weil das so... Ich fand, das war so ein Lichtrausch. Das wurde auch unheimlich überall... Der Verballhorn klingt ab. Hör was, mach was. Sing was. Also Sing was. Das war so einfach, das aufzugreifen und ja, auch zu remixen. Das Logo tauchte in verschiedensten Varianten wieder auf. Also ich fand das in seiner Einfachheit sehr, sehr cool, weil man, da konnte man jeden mit abholen. Hier jetzt das Logo dieses Mal, das ist ja so ein bisschen so eine Schaltbildgeschichte, wobei mir die Varianten, die ich hier schon sehe, auch ausgesprochen gut gefallen. Nur eben, die sind ein bisschen abstrakter. Also das Tuwatt, das war sehr... Das war ja auch von Wow. Wow war wirklich echt der Meister des Auf-den-Punkt-Bringens. Und das war im Prinzip schon sein erster Move da in der Hinsicht. Der fehlt. Immer noch. Ja. Da sind wir die guten Leute, die zu früh gehen. Hast du denn ein persönliches Memory, wo du dich am liebsten daran erinnert, was du am liebsten auch refreshen möchtest? Ist dir irgendwas aus deiner Vergangenheit, wo du denkst, oh, ja, ich fühle mich und will mich auch daran erinnern, will mich erinnert fühlen? Ja, ich bin ja was zum Beispiel. Das zelebriere ich auf meinem Weg. Nikolas, wie ist das bei dir? Außer die Erinnerung an die mutigen Abenteuer des Captain Future. Ja, ich meine, ich verbinde natürlich mit dem Kongress jetzt noch nicht so eine lange Zeit, aber natürlich schon ein paar Jahre. Und mit dem Kongress verbinde ich natürlich ein bisschen auch, meine Stimme gefunden zu haben. Also über den Podcast. Der Podcast, die Popularität, die der bekommen hat, die würde er ja nicht haben, wenn es den Kongress nicht gäbe oder wenn es diese Leute nicht gäbe, die sich dafür interessieren. Und deswegen ist das natürlich für mich schon auch immer ein Zurückblicken, wie wir im Sendezentrum noch unter so einer Rolltreppe gespielt haben. Und das hat am Anfang ja vielleicht 20 Leute interessiert. Und das ist mein persönlicher Weg dann auch irgendwie, bei dem mich der Kongress immer begleitet hat und vor immer neuen Herausforderungen gestellt hat. Deswegen ist es schon eine sehr persönliche Sache auch. Also unter der Rolltreppe, das kann ich bestätigen, aber 20 Leute, nee. Am Anfang vielleicht. Da musst du die Brautkontroll-Sonderschichten einlegen. Na gut, am Anfang schon, aber dann wurde es natürlich mehr. Und das war so der Moment, wann immer ich auf dem Kongress war, hat sich eine unheimliche Dynamik um unseren Podcast entwickelt. Und da bin ich natürlich wahnsinnig dankbar. Und da gucke ich natürlich drauf persönlich zurück. Ja, aber Tim. Meth. Was trinkst du denn da? Ich habe dir meine Flasche Meth in die Hand geblieben. Meth aus kleinen Flaschen. Das ist ja total. Naja, also das möchte ich nicht aus großen Flaschen trinken. Das ist für die Meth-Ebene. Ah, das ist auch so eine schöne Doppeldeutigkeit. Hast du denn eine Erinnerung, Tim, wo du sagst, das möchte ich am liebsten refreshen? Ich muss die Frage nochmal wiederholen. Achso, was? Ja, also wenn man das jetzt sozusagen als Aufforderung oder als Gelegenheit nimmt, seine eigene Memory sozusagen. Woran ich mich erinnere, wenn ich Kongress denke, oder was? Wo du dich vielleicht am liebsten daran erinnerst. Am liebsten? Ja. Naja, gut, das ist einfach. Mein erster Kongress, den ich organisiert habe. Oh, wann war das? 15. Genau, 20 Jahre ja jetzt. Okay. Das ist die bleibende Erinnerung. Nicht die Eröffnungsrede vom 30C3. Die ist bei mir zum Beispiel relativ, über was ich mit deiner Person in Verbindung bringe. Ja, das war für mich so in fünf Vierteljahre, wo, also, oh Gott, jetzt erzähle ich schon wieder vom Krieg. Dafür sind wir ja hier. Memories. Ja, okay. Ich mache es kurz. Aber es war ja so, dass in Hamburg waren wir in diesem Eitelstädter Bürgerhaus. Und ich weiß nicht, ob du da mal wart, aber das, du guckst, wenn du in dieses Gebäude reingehst, erzähl dir, hier war mal der Kongress drin. Ja, dann fragst du halt so, wie der Kids Base oder, äh, ja. Also, da war der größte Saal, war halb so groß wie unser Sendezentrum. Also, Pipi, Max, so. Boah, ja. Also, das ist dann klein. Das ist klein. Und der hat es dann lange Zeit ausgehalten, weil die Szene halt sich immer nur so in 100, 200, 300 Leuten ausgedrückt hat. Dann war der Kongress zwei Tage lang, dann war er drei Tage lang. Und dann gab es halt irgendwann diesen einen Kongress, 97, wo dann eben so, so Hacker waren, cool, Cyber, 2000, die Zukunft und überhaupt alles ist möglich. Wieder Vereinigung, Weltfrieden und so. Es gab ja kein Halten mehr damals. Und dementsprechend zog das halt auf einmal viele neue Kids an, die halt irgendwie auch mit ihren Freunden frisch unter dem Weihnachtsbaum weggekratzt im Desktop halt einfach auf den Kongress aufgeschlagen sind. Und der Flur war halt voll mit Leuten, die auf dem Boden saßen mit ihren angeschlossenen Desktop-Rechnern und so. Das ist eine vollkommen irre Situation. Und dann war halt auch noch dem Letzten klar so, okay, alles klar, wir brauchen eine neue Location. Dann haben die aber in Hamburg nichts gefunden. CCA war damals sozusagen noch keine Option. Das war eher immer so der Running-Diktion. Oh, das soll mal CCA gehen. Genau. Das war gut. Naja, dann haben die halt irgendwie nichts gefunden. Und ich hatte halt durch Zufall ein paar Monate vorher das Haus am Kölnischen Park, wo wir ja dann hingegangen sind, entdeckt. Und habe das halt einfach in den Topf geworfen. Habe gesagt, hier Leute, guckt mal, alles super, ein bisschen größer und so. Aber warum denn mal nicht? So, weil Platz brauchen wir ja. Und dann war das natürlich schwierig. So, Hamburg, Berlin und ach gut, jetzt wollen die uns den Kongress wegnehmen und so. Aber dann gab es halt eine Abstimmung. Die war dann relativ klar für, wir probieren das jetzt mal. Und dann fiel mir das halt so ein Schoß. So, dann war ich halt schuld auf einmal. Und dann habe ich halt versucht, eben den Kongress, wie er bisher war, auf diesen neuen Ort zu denken und mal ein bisschen auch anders zu machen. Und das hat halt funktioniert. Und das war sicherlich auch die größte Expansion, die der Kongress bisher hatte. Also klar, hier sind jetzt irgendwie 16.000 Leute, aber da hat sich der Kongress in einem Jahr verdreifacht. Und das war natürlich für mich persönlich super, weil dadurch hat sich dann auch die Tür geöffnet zu dem eigentlichen Projekt, was ich vorhatte, wofür ich mir eigentlich vorher ein halbes Jahr meinen Job gekündigt hatte. Also ich wollte halt eines Camp machen. So, wusste aber nicht, ob das überhaupt, also ich hatte keinen konkreten Plan. Ich wollte das einfach nur tun und dann hat mein Job gekündigt. Und deswegen hatte ich halt irgendwie eh Zeit und dann habe ich halt einfach den Kongress vorher gemacht. Und dadurch, dass das so gut gelaufen ist, waren dann halt alle auch so, naja, okay, was kostet die Welt? Jetzt machen wir das halt auch noch, was kann schon passieren? Und naja, sehen wir ja, was dabei rausgekommen ist. Und das war eine sehr irre Zeit, wo der Klub, glaube ich, auch das erste Mal so richtig gespürt hat, dass da irgendwie noch viel mehr zu holen ist. Aber wenn du mir erzählt hättest, dass das in 17.000 Leute auf dem Messe-Standort, wo man sich dann schon Gedanken darüber machen kann, wenn man das mit dem Platz dann hier in den nächsten Jahren managen, den auslaufen würde, ey, nee, das war auch nicht so möglich da. Ist denn der Grundspirit erhalten geblieben oder sind wir auf einem ganz anderen Kongress als dem, den du vor 20 Jahren geliebt hast? Das ist für mich immer noch dieselbe Veranstaltung. Also auch ohne Abstriche. Also es ist schneller, höher, weiter und hat noch so ein paar Spielarten, ein paar Extreme rausgebildet über die Zeit, die man jetzt so vielleicht nicht hätte vorher benennen können, aber der Geist, der hier weht und wie die Leute hier ankommen und was sie persönlich auch rausnehmen aus der Veranstaltung, was sich hier für Netzwerke bilden und dieser ganze kanalisierte Wahnsinn, so war der Kongress schon immer. Das ist erstaunlich, weil ja, also aus meiner Sicht auch viele Leute von außen dazugekommen sind. Also vor 20 Jahren sicherlich klassische Hacker-Kultur, möglicherweise jetzt immer noch Hacker-Kultur, aber eben nicht dieses klassische, ganz klassische, puristische Computer-Hacken, sondern alles Mögliche. Dass dann der Spirit erhalten bleibt, ist ja nicht selbstverständlich. Aber wenn du sagst, das ist so. Ja, ist so. Also wenn die populärer werden, dann verwässern sie manchmal auch oder werden unschärfer. Wenn du sagst, das ist aber ohne Abstriche immer noch so, finde ich es wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, das ist so, weil der Klub eine Fähigkeit hat, die mich auch oft geärgert hat, weil es auch manchmal meinen Vorstellungen ein bisschen entgegen lief, dass der Klub extrem prinzipientreu ist. So, und da gehört unter anderem eben diese gnadenlose Festlegung auf, wir bezahlen niemand. Weil oft hätte es sich halt so angeboten mit, naja, wenn wir jetzt mal jemanden ein Jahr lang bezahlen und so, dann haben die Leute auch Zeit und so. Das sind ja naheliegende Sachen. Aber es sind schon mal Dinge erstattet worden und so weiter. Aber es ist nie ein Job draus geworden. Es ist nie irgendwie ein Business geworden, den Kongress zu machen. Das war immer, was nicht aus der Szene kommt, findet auch nicht statt. Und genau das hat aber wiederum Kräfte freigesetzt, die du ja gar nicht kaufen kannst. Ich meine, hol dir mal so einen dolleren Eventmanager, der so irgendwie Veranstaltungen macht und zeig dir mal einen Kongress. Denen läuft doch alles irgendwie durcheinander im Kopf. Die verstehen das überhaupt nicht, weil man könnte diese Dienstleistung ja gar nicht einkaufen. Da gibt es gar keinen Markt für, geschweige denn jemand, der das auch nur anbieten könnte. Aber das finde ich auch interessant, weil du sagst, das ist extrem prinzipientreu. Die haben ihre Prinzipien auf der anderen Seite. Für jemand, der da irgendwie dazukommt, der erlebt den Kongress als extrem offen. Weil die Leute dir zeigen, pass auf, hier ist Assembly, nimm dir einen Tisch, mach, was du willst. Oder geh zu den Leuten, interpretier Dinge selbst, mach einfach. Das ist aber auch so ein Prinzip. Ja, das ist ein Prinzip, klar, aber es ist interessant zu sehen, dass diese Offenheit gegenüber neuen Ideen nicht dazu führt, dass irgendwie die zugrunde liegenden Prinzipien offensichtlich aufgeweicht werden. Das ist ja nur auch etwas, was man vielleicht für unsere Gesellschaft sich mal vor Augen halten muss, dass wir unsere Identität nicht dadurch verlieren, dass neue Ideen von außen reinkommen. Ganz im Gegenteil, also wir würden sie verlieren, wenn wir das nicht tun würden. Und ich meine, jetzt gerade haben wir eben mit Leuten zu tun, auch im Parlament, die genau davor Angst haben. Vor allem alle neue Ideen, neue Menschen bringen unser gesamtes Weltbild oder unsere ganzen Werte zum Einsturz. Und das ist offensichtlich, muss es nicht so sein, sondern das kann alles bereichern, aber der Grundgeschmack bleibt erhalten. Ja, schön, wenn das so funktioniert. Das ist sicherlich auch ein Ergebnis der Hackerethik, zu der es unter anderem auch einen Vortrag hier in dem Vortragsprogramm gibt. Eine andere Sache, die würde ich gerne zum Schluss ansprechen, ist ein neues Angebot von dir, Tim. Du willst einen neuen Podcast, eine Podcast-Reihe, ich weiß nicht genau, starten mit dem schönen Titel UKW. Nachdem wir ja alle wissen, dass du deine eigene ARD sein möchtest, wie du irgendwann mal plakativ gesagt hast, jetzt wirst du auch dein eigener UKW-Sender sein. Ja. Morgen Abend hat es Premiere um 22 Uhr auf der Bühne da oben. Was wird denn da passieren eigentlich? Ich weiß es nicht. Ach so, super. Keine Ahnung. Wer sollte es denn sonst wissen? Ja. Ja, also der Vater des Gedankens, der ist schon ziemlich alt. Mich nervte ein Zustand schon länger. Und das kommt auch noch so aus dieser Phase, als ich noch jedes Jahr noch einen Podcast und noch einen Podcast und noch einen Podcast gemacht habe, bis das irgendwie auch alles gar nicht mehr ging. Und ich habe immer so im Hinterkopf, okay, was machst du, wenn das, was du jetzt machst, nicht funktioniert? Oder was kannst du derzeit eigentlich noch nicht machen, was du aber eigentlich gerne machen wollen würdest? Und ich habe halt jetzt relativ starke Formate im Sinne von, dass die in sich stark sind, also so Freakshow, die große Runde, lalala, ist nicht mein Podcast, sondern ist halt die Leute, dieses Team ist halt, ne, so. Klar, ich spiele da eine Rolle, aber ich habe da jetzt auch nicht alle Freiheiten, weil es läuft halt einfach so, wie es eben läuft. Dasselbe ist mit Linus zusammen, LogProNetzPolitik hat ein sehr starkes Format, sehr starken thematischen Fokus und so weiter. Und auch da bin ich ja auch eher Co-Pilot, so, ne, in gewisser Hinsicht. Oder Produzent oder wie man es auch immer nennen möchte, ne. Ja, wusstest du nicht, dass LNP für Linus Neumann-Podcast steht? So, und dann habe ich halt diese ganzen Interviewformate, die ich nun schon in mehrfacher Aufsplitterung eigentlich mehr oder weniger immer wieder genauso mache, ne. Also Raumzeit, Forschergeist, CRE, Colophon ist eigentlich ja immer dasselbe Prinzip. Und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war so ein Podcast, wo ich eigentlich alles Mögliche machen kann und wo ich vielleicht auch mal Dinge ausprobieren kann und so. Ich hatte zwar immer noch diesen alten Blog-basierten Lunatic Fringe irgendwie, aber der ist so crunchy und so weird irgendwie. Den wollte ich mir auch als solchen irgendwie frei halten. Und, naja, dachte mir halt so, okay, du bräuchst halt mal was, wo du mehr so tagesaktuell vielleicht und auch so Sachen, die ich sonst nie mache, remote, wo es nicht so ganz drauf ankommt. Habe ich lange drüber nachgedacht, weil es muss ja immer alles erstmal fertig sein, bevor ich mit irgendwas anfangen kann. Erst das Ei, dann Gack. Genau, da musst du zwar erst mal Namen haben, habe ich gerade drüber nachgedacht und dann kam ich halt irgendwann auf UKW. Weil ich mir dann so dachte, naja, jetzt haben sie mir alle jahrzehntelang erzählt, dass UKW ja viel mehr Reichweite hat als normaler Podcast. Und da dachte ich mir so, okay, wenn das mehr Reichweite hat, mache ich das jetzt mal auch. Ja, und dann habe ich mir auch noch die passende Domäne dazu geklickt. Und als ich die hatte, wusste ich so, okay, alles klar. Wie lautet die? UKW.fm. Herzlichen Glückwunsch, das muss man erstmal hinkriegen. Super, ja. Genau. Und, naja, dann kann man halt sich selber überlegen, was das vielleicht so bedeutet. UKW, da gibt es ja viele lustige Übersetzungen. So der offizielle Untertitel ist halt unsere kleine Welt. Und vielleicht wird es aber auch unglaublich kurzweilig. Also dein Sammelcontainer, wo du alle deine angefangenen und noch nie verwirklichten Ideen dann versuchst, umzusetzen. Ja, ich habe so einige Ideen. Ich wollte schon immer mal vielleicht mit der Person was machen, aber dafür immer dann wirklich so einen neuen Podcast mit eigenem Branding. Heugi macht es ja eigentlich mit Vrind genauso. Der hat einfach Vrind und dann schmeißt er alles rein. Und daraus haben sich ja nur zahlreiche Formate rausgekoppelt. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Intention, dann auch irgendwie mit 10, 20 verschiedenen Leuten über 10, 20 verschiedene Themen zu machen. Ich habe keine Ahnung, wohin das geht. Das ist ganz niedrig aufgehängt. Ehrlich gesagt, der Auslöser war dann einfach nur, dass ich gehört habe, hier, okay, Nikolas und Reinhardt machen dieses Jahr nichts. Also daraus ist, glaube ich, auch nicht so richtig was geworden, aber wie auch immer. Dann dachte ich mir so, gut, mit euch habe ich sowieso noch nicht richtig gequatscht. Das ist mit der Ausnahme von Reinhardt. So, und dann machen wir einfach mal so einen Starter. Und dann dachte ich mir so, okay, was ist das dann? Na ja, dann ist das wohl UKW. So, das ist die ganze Geschichte und mehr Erwartungshaltung ist da jetzt auch gar nicht angemessen. Also ihr setzt euch morgen abends zu dritt, habe ich das richtig verstanden, auf die Bühne und dann freies Spiel. Und dann freies Spiel. Quatschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Können wir ja ganz gut, wa? Ich überlege gerade, Nikolas, wirst du den gewachsen? Ich bin ja eigentlich ganz gerne vorbereitet und so gar nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Da bin ich ein bisschen komisch, aber ich werde mich mutig in diesen kalten Trog setzen. Ja, ich habe dir schon drei oder vier Zeilen im Chat geschrieben. Muss reichen. Ja. Um genau zu sein, hat er dreimal gesagt, was er nicht haben möchte. Also von daher bin ich nicht weiter, aber... Dann verrate auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was will er denn nicht haben? Nicht viel Vorbereitung. Ach so. Keine Physik? Nein, ich weiß gar nichts. Also ich bin tatsächlich... Ich glaube, so wenig Vorbereitung habe ich noch nie auf einer Bühne gestanden. Ich weiß nicht mehr, dauert das 60 Minuten oder 90 Minuten? Weiß auch nicht. Ihr habt mal einen Crossover gemacht. Ja gut, er lässt sich irgendwann runtertragen. Sind wir die Letzten an dem Tag? Ja. Keine Ahnung. Also nach dem Plan, der mir vorliegt, seid ihr die Letzten. Das hört um 0.30 Uhr auf, wenn es um 22 Uhr anfängt. Tim macht nur Main-Act. Okay, ja. Gut. Dann haben wir es so lange, bis keiner mehr in dem Saal sitzt und dann gehen wir nach Hause. Ihr habt aber mal, bei der Replica 2014 habt ihr sowas gemacht mit den beiden Frauen. So ein Conscience, genau. Habt ihr auch so ein Crossover gemacht? Freies Spiel. Das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, da hatten wir grundsätzlich schon mal über die Inhalte gesprochen. Also da hatten wir grob mal gesagt, worüber wir sprechen wollen und wie wir sprechen wollen, glaube ich. Also da war auch ein bisschen mehr geplant. Jetzt ist schon... Ja, dieses Planen, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Zu überbewertet. Ja, ist total überbewertet. Ja, ich sage es immer so, wir haben ja Reinhardt dabei. Dem drückst du ein Mikro in der Hand und dann redet er anderthalb Stunden. Also im Zweifelsfall gehen wir hier zu deinem Kräuter oder zu diesem Haselnusschnaps über. Mäht. Mäht, genau. Die Mähter eben. Ja, okay. Ich danke euch für diese erste Runde an diesem ersten Abend. Ein paar Ideen haben wir sozusagen miteinander besprochen. Das Motto, den Ort, das Wiederkommen. Ich würde die Runde damit gerne beenden. Es sei denn, ihr habt noch gerne die Gelegenheit, die Gelegenheit gerne nutzen, noch irgendetwas unter das Volk zu bringen, sozusagen. Ich sehe gerade schüttelnde Köpfe. Aber was ich noch gerne machen möchte, ist, regelmäßige Hörer unseres Angebotes werden und wissen, dass wir ab und zu den Chat vorlesen. Vor allen Dingen ein häufiger Begleiter im Chat ist der Sascha, der uns immer wieder schreibt. Und diesmal ist es anders. Sascha sitzt hier, zwei Meter von uns entfernt. Er hat uns gerade schon per Handzeichen zu verstehen gegeben, dass wir zu hören sind oder auch nicht zu hören sind und so weiter. Ganz herzlich gegrüßt in diese Richtung. Auch schön, dass du heute hier direkt dabei bist. Aber höre ich jetzt auch einen Kommentar? Normalerweise schreibt er ja langweiliger Gast und so. Da will ich jetzt mal gucken, ob... Wir haben hier noch ein Mikrofon. Ja, ist offen. Wenn du den Schiebeschalter hochmachst, dann ist das auch aktiv. Nein, ich bitte nötige ihn jetzt nicht. Sascha, wärst du bereit? Live-Kommentar. Er kennt ja. Hier, komm. Kommentier mal was. Sag mal was. Ich glaube, er muss bei UKV... Ich habe eine wahnsinnige Zeitverzögerung. Er hört hier über den Stream mit. Ja, dann musst du mal hierher kommen und dein Ohr direkt mal an den... Warte, ich kann auch gerade... Genau. Aber da musst du ihm natürlich... Müssen wir ihm erstmal sagen... Was du gerade gesagt hast. Worüber wir die letzten zehn Minuten... Jetzt müssen wir dir erstmal sagen, was wir die letzten zehn Minuten gesagt haben. Hallo Sascha. Hallo Sascha. Entschuldigung, dass wir dich einfach so herannötigen sozusagen. Aber... Ja, hallo. Wo wir die Gelegenheit mal haben. Du wurdest eingeführt als derjenige, der immer kommentiert im Chat beim Sendegarten und... Einer muss den Job hier machen. Genau. Und wir wollten dann jetzt mal hören, was du hier zu den Gästen von heute zu sagen hast. Dass ihr jetzt noch in Reichweite links und rechts neben mir stehen, kann ich jetzt natürlich... Nur eingeschränkt... Objektiv sein. Ja, wir wollen auch keine objektive Meinung. Ja, alles super. Die Meinung, die wir hören wollen. Grandiose Gäste. Ja, sehr gut. Super Volke heute. Ja, finde ich auch. Ja. Macht weiter so... Fünf Sterne. Genau. Top-Postcaster gerne wieder. Nee, und ich freue mich auf jeden Fall auch dann auf morgen Abend dann auf UKW. Das wird spannend, glaube ich auch. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch dabei sein dann. Ja, ich glaube ich auch. Dann brauchen wir Krautkontrollen für den Raum oben. Ja, ja. Kannst du das passieren? 400 Plätze, die reichen. Keine Ahnung. Da kommt bestimmt kein Schwein. Na, da bin ich mir nicht sicher. Gut. Okay, Sascha, nochmal ganz herzlichen Dank. Entschuldigung, dass das jetzt so ein Überfall war. Gerne, gerne. Wir hatten ja eigentlich vorhin gesagt, du willst nichts sagen, aber es hat sich dann anders ergeben. Nein, 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 so unbedingt nichts sagen wollte ich nicht, nur ich wollte denn hier nicht als Gast irgendwo groß angekündigt sein oder hier der Hauptakt sein. Aber ich nutze die Gelegenheit, dir danke zu sagen, dass du uns immer wieder auch im im Chat begleitest und ich finde das immer schön zu wissen. Es gibt gar nicht zu viel Feedback für Podcaster. Podcaster mögen Feedback, weil sie dann mal hören, dass ihr Zeug überhaupt gehört wird. Ja, und der eine, der da sich meldet, der ist so viel mehr wert als tausend Downloads, die nichts sagend sind irgendwie, finde ich. Für mich, wenn ich den Werbekunden damit beeindrucken wollte, dann wäre das natürlich anders aus. Das kann ich auch verstehen aus der Perspektive derer, die diesen Weg gehen wollen, aber für mich ist so eine kontinuierliche Rückmeldung viel angenehmer. Gut, dann nochmal Dankeschön. Dankeschön Lars, Dankeschön Nikola, Sascha, herzlichen Dank Tim, Sebastian und Moritz und alle, die hier zu und noch gehört haben, sind nicht ganz viele. Und aber diejenigen, die es in der Konserve hören, wie gesagt, das ist ja überhaupt das Ding Nummer eins, das Zeissouveräne hören und das Selbstbestimmte hören, abschalten, wenn es langweilig wird, überspringen, was doof ist und es selber gestalten und nicht von anderen gestalten lassen. Ganz herzlichen Dank, wir beenden diesen ersten Tag im Sendegarten vor Ort vom 35, ja, jetzt fangen ja auch schon alle aus den anderen, 35, 35, es geht irgendwie das Mem 35C5 herum, da laufen die merkwürdigsten Tweets hier durchs Haus, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Dankeschön und tschüss zusammen. Und zum Schluss nochmal das Schaf, genau, man hat sich gehört, da ist es. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020